Laut einem russischen Politologen ist Yevgeny Prigushin gar nicht gestorben. Stattdessen sei ein Dabo beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Yevgeny Prigushin soll vor einer Woche in Russland bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Laut russischen Behörden sei der Wagner-Chef als eine der zehn Leichen identifiziert worden. Doch nun behauptet der russische Politologe Vajerich Solowai, dass der Söldner-Chef noch am Leben sei. Pikant, laut dem ehemaligen Professor des Moskauer Instituts für internationale Beziehungen habe der Kreml bezüglich der Identifikation Prigushins gelogen. Prigushin selbst war gar nicht an Bord. Ein Dabo befand sich stattdessen im Flugzeug, wird der Politologe von der Daily Mail zitiert. Dem Söldner-Chef gehe es gut, er befinde sich auf freiem Fuß. Wladimir Putin weiß das ganz genau. Wenn sie den offiziellen Aussagen der russischen Behörden glauben, dann weiß ich auch nicht, so Solowai. Dass der Wagner-Chef immer wieder Dabos einsetzte, ist kein Geheimnis. Prigushin will sich rächen. Laut US-Geheimdiensten habe die Explosion eines Sprengsatzes an Bord des Flugzeugs zu dessen Absturz geführt. Auch das sieht Solowai anders, das Flugzeug, in dem sich Prigushin hätte befinden sollen, wurde von einem russischen Luftabwehrsystem abgeschossen. Dabei habe es sich um eine Geheimoperation des Nationalen Sicherheitsrates gehandelt. Diese sei von Putin persönlich abgesegnet worden. Solowai will nächsten Monat verraten, in welchem Land sich Prigushin derzeit befinde. Es handle sich jedenfalls um kein afrikanisches Land. Erst kurz vor dem Flugzeugabsturz war nämlich ein Video aufgetaucht, das den Wagner-Chef irgendwo in Afrika zeigen soll. Er will sich an den Menschen rächen, die ihn und die ihm nahestehenden Menschen vernichten wollten, sagt der Politologe zudem. Unter den Opfern des Flugzeugabsturzes befindet sich etwa Wagner-Kommandeur Dimitri Utkin. Leise und im kleinen Kreis bestattet. Gleichzeitig berichtet das unabhängige russische Medium Agent Stwo, dass Prigushin am Dienstag in St. Petersburg bestattet worden sei. Nach Angaben eines Friedhofangestellten hätten 20 bis 30 Angehörige und Freunde an der Bestattung teilgenommen. Im Nachhinein veröffentlichte Bilder zeigen eine kleine Menschentraube auf dem Friedhof. Mit der Geheimhaltung der Beerdigung ist dem Kreml ein kleiner Kuh gelungen, denn die Regierung wollte auf alle Fälle verhindern, dass Prigushins Unterstützer die Bestattung für Proteste nutzen. Gemäß offiziellen Angaben habe Prigushins Familie den Rahmen der Beisetzung bestimmt.